Hey Leute, herzlich willkommen zur Folge und heute spielen wir wieder Adopt-A-Me und ja Leute, ich bin wieder zurück und wisst ihr was auch zurück ist? Das Danger Egg, beziehungsweise das Danger Egg ist neu in Adopt-A-Me reingekommen, Leute, der Stream war richtig, richtig cool und heute werden wir hier von, ja, 10 Stück öffnen, ja Leute, ganze 10 Danger Eggs werden wir in diesem Video hier öffnen, ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir eventuell schaffen, ein sagenhaftes, ein legendäres Pet hier rauszubekommen, Leute. Leute, die Nurseries sind richtig, richtig cool aus, Leute, ich war ja im Urlaub und ja, Sadie hat freundlicherweise für mich den Livestream übernommen, danke nochmal an dich, Sadie und ja, dort haben wir auch schon ein paar Danger Eggs geöffnet, dort habe ich auch schon ein paar coole Pads bekommen, falls ihr den Livestream noch nicht gesehen habt, checkt ihn doch gerne aus. Ja, Leute, heute in diesem Video werden wir 10 Stück öffnen und in der Zukunft werden noch weitere Videos und sogar Egg Battles kommen, wo wir noch mehr Danger Eggs öffnen. Das heißt, lasst gerne den Daumen um da und abonniere Kanäle und abonniere euch, weil wir coolen Robologs, wie ihr damit zu verpassen. Ja, Leute, ich bin gerade aufgewacht, ich habe noch leichte Halsschmerzen, also bitte verzeiht mir, wir werden allerdings trotzdem heute mal starten und 10 Danger Eggs öffnen, Leute. Ich finde, hier das erste Mal höre ich hier die Soundeffekte in der Nursery, Leute. Ich habe die ja vorher gar nicht gehört, weil ich auf dem Handy den Sound aus hatte und es hört sich wirklich so an, als ob hier ein Vulkan explodiert. Schreib mir auch außerdem gerne mal dein Lieblings-Egg, dein Lieblings-Pet aus dem Danger Egg in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich glaube, meins ist der Spinosaurus und eventuell bekommen wir den ja heute. Ich habe hier außerdem 4 Spinosaurus und 4 Owlbears, die wir auch in Neon machen werden, aber nicht in diesem Video. Außerdem habe ich noch 20 Danger Eggs, wir werden davon, wie gesagt, heute 10 öffnen. Ich bin sehr gespannt, ob wir eventuell ein sagenhaftes Pet bekommen können. Das wäre richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, fangen wir auch direkt hier an in der Nursery, nach dem Intro. Leute, für eine Woche nicht aufnehmen fühlt sich auf jeden Fall richtig, richtig komisch an. Wir fangen direkt an, Leute, mit dem ersten Danger Egg. Und Leute, wir öffnen es. Let's go! Oh, ein Moskito. Also, der Moskito ist kommen. Oh, Mann. Ich glaube, ich habe schon einen. Ja, Leute, ich habe schon zwei Moskitos. Ich habe noch weitere Pets hier schon aus dem Danger Egg, Leute. Ich habe auch zum Beispiel Arians Lieblings-Pet und zwar den Hippo, Leute. Den Hippo, den habe ich auch schon. Der sieht richtig, richtig cool aus, muss ich sagen. Let's go to the Pool-Party. Alles klar. Dann werden wir jetzt einfach mal zur Pool-Party gehen und das nächste Danger Egg auf der Pool-Party öffnen. Ja, Leute, da sehe ich mich und ich denke, das Danger Egg sieht uns auch dort. Ich habe irgendwie sprechen verlernt. Ich habe irgendwie sprechen verlernt. Was ist das denn? Also, das kann doch nicht sein. Übrigens, für die Leute, die fragen, der Urlaub war richtig, richtig cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit mir und meiner Familie dort zu sein. Und jetzt sind wir bei der Pool-Party und hier öffnen wir das nächste Danger Egg. Und du, gib uns jetzt bitte ein besseres Pet als kommen. Bitte, 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 Leute. Come on, come on, come on, come on, komm schon. Ankommen, es ist besser als kommen. Okay, 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 es ist besser als kommen. Alles klar, der Anglerfisch. Der ist nur gekommen, weil wir der Pool-Party sind, Leute, weil Fische mögen, ja, wie ihr wisst, Wasser, Leute. Oh, ein Wunder. Und wir öffnen direkt das nächste Aber hier, Leute. Wir öffnen direkt das nächste Aber hier. Ich will keine Zeit verlieren. Lass gerne, wie gesagt, einen Download da. Und falls du dir Robux oder robst mich auf, ist gerne mit StarCode, Jojo. Wir öffnen das dritte Eck, Leute. Und, come on, einen, boah, hier in einer Gigantika, bitte, was? Also alle, alle Pads in dem Eck sind ja ein bisschen Danger, ein bisschen gefährlich, so heißt das Eck ja auch. Aber, wer bist du denn? Hallo? Okay, interessant, Leute. Interessant, Leute, auf jeden Fall. Habe ich, den habe ich, glaube ich, noch nicht. Nee, hatte ich noch nicht, Leute. Ankommen auch. Wir haben, kommen, ankommen, ankommen. Jetzt wird es Zeit, Leute, für eine Rare. Ja, vor der Nursery, Leute, boom. Jetzt wird es Zeit für ein Rare. Komm schon. Oder Legendary, Legendary, 4%. Komm schon. Ich glaube an dieses Game. Bitte, 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 bitte. Und nein, noch einen Moskito. Also, ich glaube, das Eck mag mich nicht. Ich glaube, das Eck mag mich wirklich nicht. Das kann doch nicht sein. Oh, Mann, oh, Mann. Ah, Leute, come on. Ich fand es immer richtig schade, dass es kein Live-Event gab, Leute. Also, wir wünschen uns seit dem Fossil-Eck ein Live-Event. Und Adoppy hört einfach nicht auf uns, oder? Adoppy hört einfach nicht auf uns. Das kann doch nicht sein. Also, das Danger-Eck, es hätte so ein cooles Vulkan-Live-Event geben können. Aber nein, es kam einfach gar nichts. Ich konnte leider, wie gesagt, nicht livestreamen. Aber wir haben es ja übernommen bekommen, Leute. Aber ich war ja trotzdem dabei. Ich hätte trotzdem gerne ein Live-Event gesehen. Aber es kam nichts. Aber jetzt kommt hier ein Sagen, ob das wir jetzt raus. Und der Pufferfisch. Der Pufferfisch ist ultra-rare. Oha, okay, Leute. Immerhin ultra-rare. Sagen wir es mal so. Sehen wir es positiv, Leute. Wir haben einen ultra-raeren Pufferfisch erhalten. Bekommen. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, Leute, dann öffnen wir jetzt weiter. Zack, fünf Stück haben wir noch. Ja, lustig, wie das so einem hinterher rollt. Hallo, Eck. Komm mal bitte hier hoch. Hallo, kannst du springen? Es kann springen. Wow, okay. Okay, okay, okay. Und Leute, wir öffnen das nächste hier auf dem Anglerbootshaus. Mit den Accessories drinnen. Und let's go. Einen Liger. Eine Fusion zwischen einem Tiger und einem Löwen. Okay, der ist kommen. Oh, Mann, warum ist der denn kommen? Das kann doch nicht sein, Leute. Das kann doch nicht sein. Okay, Leute, vier Eggs haben wir noch. Eins öffnen wir auf jeden Fall noch in der Nursery. Eins öffnen wir noch da hinten. Und eins öffnen wir noch in meinem Haus. Und das letzte, Leute, das letzte öffnen wir auf einem geheimen Ort. E.J. Catch now. Und let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Komm schon, bitte, 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 Game. Einen Lemirgeier Ultra Rare, Leute. Zwei Ultra Rares bekommen. Richtig cool. Und der sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Der sieht ziemlich cool aus. Ja, doch. Take ich, take ich, take ich. So, Leute, drei Eggs haben wir noch. Und hier mithilfe des Shadow Dragon, des Frost Dragon, der Turtle und des Bad Dragon werden wir jetzt hier ein sagenhaftes Pad rausbekommen. Komm schon. It's the time, Leute. Let's go. Es ist schon wieder der Anglerfisch, Leute. Dieses Egg mag mich einfach nicht. Das kann doch nicht sein. Ey, komm schon, Leute. Okay, zwei Stück noch, Leute. Zwei Eggs noch. Es muss doch jetzt was kommen, Leute. Es muss doch jetzt was kommen. Denn wir sind wieder in dem Vulkan drin. Die Nursery steht in dem Vulkan. Und hier öffnen wir das vorletzte Egg. Hedge now. Oh, Leute. Was kriegen wir hier raus? Komm schon, komm schon. Noch einen Anglerfisch. Das kann mir doch niemand... Wisst ihr was, Leute? Wir holen uns noch ein Egg. Dann öffnen wir halt elf. Wir öffnen elf. Ich kann das jetzt nicht bei einem Anglerfisch stehen lassen, Leute. Okay, jetzt ist es eine Zeit, uns hier rauszuglitschen. Zack, das war einfacher als erwartet. Leute, wir sind jetzt auf der Lava. Wir sind jetzt... Warum sind die Parts ja noch visible? Hallo? Adopt me? Ich habe ja vergessen, die Partikelparts unsichtbar zu machen. Okay, interessant auf jeden Fall. Interessant auf jeden Fall. Okay, Leute. Jetzt sind wir auf der Lava. Meine Füße verbrennen schon. Und das Danger Egg verbrennt jetzt auch. Und gibt uns die nötige Energie. die hier jetzt eine Sagen auf den Spinosaurus rauszubekommen. Komm schon. Bitte, bitte. Nein. Das kann doch niemand mir erzählen, Leute. Das kann doch nicht sein. Schon wieder ein Mosquito. Ich mag dich nicht. Du bist blöd. Ich mag euch nicht in Adopt Me. Ich mag euch nicht in Real Life. Und jetzt, Leute, das letzte Egg. Das letzte Egg, Leute. Back to back. Kommen. Nein, bitte nicht. Bitte Legendary, Leute. Bitte Legendary. Komm schon. Bitte, bitte, bitte Adopt Me. Gib mir ein gutes Pad. Und es ist wieder der Lame Gaia, Leute. Der Lame Gaia. Du bist echt schon lame. Aber er ist immer in Ultra Rare, Leute. Und es hat leider nichts geholfen, die Eggse auf den Vulkan zu öffnen. Aber wie sagt, Leute, hinzu, wenn wir noch wesentlich mehr von den Eggse öffnen. Außerdem die beiden Sagenhaften Pads in Neon machen. Und euch natürlich zeigen. Ich bin richtig, richtig gespannt. Falls dir das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach. Und ab in den Kanal. Und achten wir auf keinen Fall von den coolen Roblox. Wie das ist bei mir so was noch, würde ich sagen. Haut hier rein. Und ciao. Äh, Leute. 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 Äh, Leute.